Also fünf Schädelmünzen. Oh, eine Kriegerruhne. Wächterhelm. Und los! Nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist das Dunkelelfenmonument. Ja, das hier ist eine besondere Map übrigens. Also ich habe ja schon gesagt, dass es die letzte ist. Die Münze fällt in den Schlitz, in der Truhe verschiebt sich ein Riegel. Ja. Ich glaube, wir haben alle 15 Münzen, die es gibt. Schützenruhne. Vorwärts! Schnell! Ja. Münzen einwerfen. Hä? Ich habe keine Münzen mehr. Ach, ich werde wahrscheinlich noch im Kolosseum welche verdienen. Folgt mir! Also ja, das hier ist eine besondere Map, weil siehe da, Orgmonument. Dunkelelfenmonument. Menschenmonument. Sofort! Elfenmonument. Keine Zwerge, keine Trolle, leider. Mir nach! Ja, die letzte Schlacht. Ihr habt den Knochentempel erreicht. Das alte Heim Zarachs. Nur noch wenige Schritte trennen euch von euren einstigen Meistern und eurem Schicksal. Sucht den Eingang zum Knochentempel. Sucht noch einen Weg ins Innere des Knochentempels. Macht euch auf starkem Widerstand durch die Garde des Zirkels gefasst. Also ja, wir haben hier Runen. Stufe 33er Runen. Von den Völkern, die wir jetzt hier benutzen dürften. Können hier nochmal plündern. Können gleich mit dem alten Mann reden. Können wir mal kurz gucken, was das so war. Nichts Besonderes. Oder haben wir jetzt vielleicht eine Rüstung? Leider immer noch nicht. Der Dom flieht, solange ihr es noch könnt. Dieser Ort ist nicht für Sterbliche bestimmt. Das Böse hier wird euren Geist und Körper verderben. Und ihr werdet ein Verdammter, so wie ich. Ein Verdammter bin ich bereits. Aber hier und heute werde ich dem ein Ende setzen. Wie könnt ihr hier überleben? Ich habe gelernt, mich den Gesetzen dieses Ortes zu fügen. Und meine Magie schützt mich vor den Krankheiten, die hier überall lauern. Werdet ihr mir helfen? Ich kann euch von Krankheiten heilen. Das könnte euch hier sehr nützlich sein. Sagt mir, ob ich mit euch kommen soll. Folgt mir. Gut, geht voran. Okay, wir haben... Folgt mir. Schnell. Einen neuen Freund gemacht. Sofort. Und los. Vorwärts. Ja, und wie man sehen kann, es gibt zwei Zugänge. Und ja, falls ihr euch gerade fragt, ich werde die Runen erstmal noch nicht benutzen. Mann, wie viele Münzen hatte ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Ich kann doch nicht nur acht gehabt haben. Bei zwei konnte ich öffnen. Wartet mal kurz. Wie viele sind denn da noch eingelassen? Ich hätte genauer lesen sollen, hm? Fünf Totenschädel. Sofort. Mir nach. Mondsilberlinie. Mumien. Mir nach. Und los. Oh, Giftpflanze. Hm. Hm. Was ist denn hier oben? Also ich weiß schon mal, was ich nicht habe, ist Aria. Ach so, die Hunde bleiben da oben. Auch gut. Ja, sofort. Ach, da ist Aria. Mir nach. Gut. Gut, dann hätten wir das geklärt. Mir nach. Und keine Sorge, ich werde da nochmal gehen und die Map resetten, weil ich glaube, damit resette ich auch die Timer, alle Timer auf dieser Map, wenn ich sie neu lade. Also einfach nochmal durchs Portal gehen und gucken, weil da ja dann wahrscheinlich alles wieder zugedeckt ist, einigermaßen. Also eigentlich allein schon der Mumien wegen bräuchte ich Orcs mit Feuer. Aber auf der anderen Seite, oh, da oben ist Lenia, habe ich ja Paladine mit Feuer. Ich mache jetzt halt mal den Kompromiss, äh, dieser Durchgang nehme ich die guten Völker, also die unteren beiden. Und im zweiten Durchgang mit der Schattenklinge nehme ich die dunklen Völker. Und los! Und los! Ja, hier sind es auch Mumien in erster Linie, die uns... ...auf die Nerven gehen... ...sofort! ...könnten. Und los! Und los! Ich finde es auch gerade lustig, die oberen beiden sind die, die ausgeschlossen werden auf dieser Map und nur die unteren vier. Ich gucke nämlich gerade noch, ob ich auch die richtigen Runen eingesetzt habe. Aber ja, habe ich. Das sind dann Level 33 Einheiten. Mhm. Gut, dann gehen wir noch mal hier durch. Ah, es folgt mir sogar nur... Ach nee, da ist der Schattenkrieger. Auch gut. Hm. Aber ja, es sieht so aus, als hätten wir alles eingesammelt. Ich sehe jedenfalls nichts aufleuchten. Okay. Speichern wir sicherheitshalber an dieser Stelle nochmal. Und gehen hier durch. Der alte Mann ist noch hier. Ja. Schnell. Mir nach. Hier. So, dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Auf meinem Befehl. Hör mir. Was ihr wollt. Es ist mir eine Ehre. Seid wachsam. Seid wach. Warte. Wie ihr wollt. Folgt. Gut. So. Hör mir nach. Das Gute ist, hier ist sehr viel Platz. Also sowohl für die Elfen, als auch für die Menschen Gebäude. Die Rune ruft. Wie ihr wünscht. Auf mein Kommando. Für die Rune. So, den da oben sollten wir gleich schon mal ausschalten. Was wünscht ihr? Gott entlang. An die Arbeit. An die Arbeit. Ja. So, ein kleines Haupthaus. Auf der Stelle. Okay. ja sofort schnell und das war schon mal erledigt für die brauche ich ein mittleres haupthaus als erst mal eine sägemühle so sei es Kein Problem. Ja, dann los. Habe verstanden, die Arbeit. Das Bauwerk ist vollendet. Wie ihr wünscht. Was ist euer Begehr? Rasch! So, jetzt brauche ich das Holz für ein mittleres Haupthaus, der Elfen erstmal. Weil ich muss gucken, dass ich so schnell wie möglich an den Meisterholzfäller komme. So, jetzt brauche ich das Holzfäller.